Ja, hallo, es war, da ist er wieder, wir machen weiter, wir haben, ich habe erstmal hier, den, warte mal, den Angriff abgebrochen, bin erstmal hier nach Stavanger gereist, und da erstmal, weil ich bin wieder fast kaputt, wie ihr seht, fast tot, deswegen dachte ich, gehen wir hin, der kann ja ein paar Ressourcen sammeln, also, wir schnacken mal mit ihm hier. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich bin kein kleines Kind mehr. Ach, tut mir aufrichtig leid, du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. Ähm, kennen wir uns? Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist, und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Na, wie toll. Warum sprichst du denn so mit mir? Ja, ich auch nicht, nee, nee. Sportstreit beginnen? Okay, machen wir mal. Sehr gern. Müssen wir mit dem Geld sitzen, oder? Kleiner Ansatz, den machen wir mit der Mittleren, ne? Hallo? Äh, warum kann ich hier nicht drücken? Hallo? 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 Ach, die zwei. Okay, wollen wir mal in zwei drücken? Hä? Hallo, mach doch mal. Komisch, was nu? Ade! Ich habe das Geld nicht. Das geht. Okay, wir haben kein Geld. Deswegen. Alles klar. Dann müssen wir mal weiter gucken. Du da! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Wo? Wo denn? Wo bist du? Hä? Da hinten? Komm, wir gehen da hinten. Mal sehen, was er will. Bei Torshammer, es ist Eivor, der Drache der Nordmeere. Rolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Na klar. Das war das erste Mal, dass Dürbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Hö, hö, hö. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Die schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab. Okay, bin doch mal hinterher. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht. Als Schwächlinge. Kommt darauf an, mit dem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Raubzug würde ich ja nicht sagen. Den einen Hafen, den wir jetzt überfallen sollten, haben wir ja nicht geschafft. Sind wir erst mal krepiert. Lass es mal kommen. Wir brauchen Lebensmittel. Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was Ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen Sie alle voraus. Keine Lebensmittel hier. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Naja. Mehr als testen können wir jetzt nicht, ne? Der von den Hohen haupten soll die Führung übernehmen. Siehst du den Großen da, Outbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Arschild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Turgis. Kolf! Kolf! Den hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Der ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Ob das gut geht? Blaufzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Die dürfen sie nicht töten. Okay. Hör zu! Das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal! Ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Okay. Ich wäre... Ich wäre... Geil. Ich bin besser als jener Mann hier! Ach komm. Oh, alter! Ach komm. Oh, oh. Hm? Uh! Alter, wir sind gleich Okay Das war's schon Wir brauchen mehr Energie Bevor wir das machen können Wir müssen ein bisschen Nahrung sammeln Ah klar, ja Warte mal kurz Karte gucken Da muss man mal den, 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 den Den Aufsichtspunkt hier Mal holen, ne? Meine Maus bitte Gut Vielleicht fühlen wir in der Richtung ja auch noch mal zu futtern Ich finde die Grafik so richtig toll Vor allen Dingen, denn wenn sie hier so die Wenn sie reden, diese Arten Der Arten, der angezeigt wird durch die Kälte So Ich zocke ja nebenbei auch noch Division So mit Maus und Gamepads gleichzeitig Ich habe das hier auch versucht Aber komischerweise Vielleicht nicht so wie ich das will Oh, was ist da unten? Hier was Besonderes Da oben ist der Aussichtspunkt Äh, Synchronisationspunkt Oh, da Haarhell Wir haben Haarhell entdeckt Oh, wo ist er? Da oben Okay Komm, wir hoch Puh Wir wollten hoch In die Schritterei Äh, 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 äh Macht nix Macht nix Ach komm, wir gehen mal durch So, da Da ist was aufgeploppt Da wollen wir auch mal hin Oh, hier Komm, Vorräte Komm, bitte, bitte, bitte Ja, cool Und ne Laute Haben wir auch entdeckt Jungs Wir können Musik machen Wir klauen die jetzt hier, oder wat? Eisen, Erz, Leder Gut Silbe Ja, die Nahrung Für noch ein bisschen Nahrung Aber macht nix Kommt, Jungs Zwei sind uns gefolgt Vom Schiff aus Wer leid Finde ich ja nice Die brauchen Futter Futter Bei Mutter So Warte mal kurz Ein bisschen weiter weggehen Wie kommen wir da am besten hoch? Hier über die Von der Seite irgendwo? Warte mal Ach, hier Genau, da wollte ich hoch Da wollte ich hoch Jungs, ihr könnt gerne mit hochkommen, meine Volt Komm, weiter, weiter Geht nicht Gott Gucken, da geht's auch noch mal rein Aber wir sollen erst mal hoch Äh, nee, da müssen wir erst mal hier wieder runter, ne? Schöne Wikinger-Bauten Schade, dass sowas diese Jahrhunderte nicht überlebt hat, ne? Ja, komm, weiter Hoch, 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 hoch Da müssen wir hoch Da wollen wir hin Gott, Gott Die Musik ist auch nice, ne? Na? Ja, schön Wir schauen uns erst mal so um, ne? Jo, da hinten irgendwo Da ist Wo wir angreifen sollten Äh, wo wir jetzt Das war das Lager, wo wir gerade waren, ne? Hier unten vor uns Und da hinten ist ja die Hauptquest Oh, das ist das, das Lager, wo wir angreifen wollen Ne, da wohl Ne, das war, glaub ich, irgendwie da hinten Ist egal Synchronisierbar Voll episch Voll episch Oh, cool So Guck mal, da sind ja noch paar, paar Felder da hinten Ob da was zum Futter gibt Können wir irgendwo runterspringen? Ne, bestimmt nicht, ne? Schade, das vermisse ich hier, dass hier nirgendwo so eine Heuhaufen sind Da können wir ins Wasser springen, ne? Wart mal Erstmal da auf Uah, alte Wir müssen hier weiter Da, komm wieder rein Wir versuchen es, ne? Mehr als Sterben kennen wir nicht Okay So Schau, schau, schau Hier war noch irgendwas Goldes, ne? Oder ist es da hinten? Warte mal, das ist in 151 Meter Naja Wie gehen wir hier raus? Warte mal, kurz Karte kurz gucken Synchro Hier gibt es irgendwie so eine Maske Okay Föner für Brandy Vorrat zwar Ja, das war ja Hier Bin ich da hinten Sind das Nebenquestzeichen? Oder Ich weiß es nicht Hm Hier ist das Gold Okay Okay, das sind wir als Marke Na denn Auf geht's Starbange Gibt's hier echt Nichts zu Futter? Kauf dir etwas Glück Nein, kauf mal Wir brauchen kein Glück Komm Wir haben eh kein Zelle, ne? Da Da In der Richtung Ma Wir laufen mal ein bisschen So durchs Dorf Mal gucken Gib mir doch mal Lebensmittel Hä? Wo? Sind wir vorbeigelaufen? Oh, das geht ja irgendwie runter. Okay. Hier war doch noch so ein Zeichen für so einen Eingang, ne? Kann das sein? Da. 23 Meter. Okay. Äh, da? Ja, hier rein? Komm, wir gehen mal hier rein. Sieht gut aus. Erstmal. Okay, müssen wir zur Seite schieben, ne? Oh, sorry. Halte Taste. So. Okay, zurückziehen. Jungs, ich stehe mir im Weg, glaube ich. Kommen wir da jetzt rein? Nö. Okay, warte, geht's nicht? Ja, Jungs, ihr steht mir im Weg. Tut mir ja leid. Komm, wir gehen jetzt rein. Ich habe das Gefühl, dass die mir irgendwie im Weg stehen, oder? Äh, komm. Die kommen rein. Na gut. Tschööööö. Äh. Da kann kaputt schießen Hey, warum will er die Maus nicht? Warum will er sie schießen? Hey Hm Ach, keine Pfeile, na toll Äh, müssen wir jetzt Pfeile holen? Das ist doch entzünd Komm, noch weiter schieben Gut, jetzt ist es nicht mehr so eng Ich bin jetzt wütend Ich brauch Pfeile Ich brauch Pfeile, sonst kriegen wir das nicht kaputt Bloß wo kriegen wir Pfeile her, ne? Hm, 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 hm Ja, guck Dann bleibt nix eins Übrig, wir müssen hier durch die Gegendlauken mal gucken, ob wir was finden Ah 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 Oh, ist es nicht der Spur Oh, ist es nicht der Spur Oh, ist es nicht der Spur Na gut, wir müssen erst mal gucken Holzbein Holzbein, ne? Schon zwei Holzbeine Finde ich ja gar nicht so lustig, aber naja So, oh Muschel Weiße Maske, Seil War das die Maske, die angezeigt worden ist? Ne Alter Ich hätte so gerne ein bisschen Nahrung Und Pfeile vor allen Dingen Was ist das? Irgendwie da oben? Na komm Kommt Jungs Können auch zu Hause bleiben Hier ist Nahrung, oder? Hier ist Nahrung, oder? Hier ist Nahrung, oder? Also langsam geben wir auf den Stoffel, ihr Jungs Geht's Nix Was hat die Flöne denn ja was? Rote Maske Aha Wie mache ich einen Maskenball auf? Geht's ja irgendwo hoch? Äh Komm mal runter Komm mal runter Kale mein Freund Äh Nicht gleich ganz so weit runter, aber egal Oder kann er da nicht stehen? Kann natürlich auch sein, ne? Äh Okay Komm runter Komm runter Komm runter Ja Äh Noch ein Seil Jungs, ihr gebt mir auf den Brenner. Oh, eine Mühle haben sie auch schon hier. Guck, einer schau. Hm, hm, hm. Einen Töpfe haben wir hier auch. Oh Gott. Ist das nicht der Pfeile, oder was? Echt jetzt? Und wir haben keine Pfeile. Diesen Wachner geht nichts. Hm, ja, machen wir, machen wir. Wir brauchen keinen Ärger, wir brauchen keinen Ärger. Silbe, hm, zurück. Alter, Brunnen. Warte mal, äh. Ah. Wo krieg ich denn Pfeile her? Können wir Pfeile herstellen? Wie bei... ...Tunfreude? Hm. Hm.